hallo hier ist euer thomas mit seinem balkon gemüse wir haben mitte juli und ich stehe hier vor dem hochbeet was wir letztes jahr im herbst angelegt haben ein video zum mittleren teil mit den himbeeren hatte ich online gestellt die entwicklung habe ich versucht über das start foto so ein bisschen abzubilden möchte jetzt aber doch kurz einmal ein video drehen und euch zeigen wie es dort aktuell gelaufen ist den start in dem hochbeet hatten wir mit den frühblühern von denen ist jetzt nicht mehr viel zu sehen der start war mit sehr vielen bunten krokusen anschließend kamen die narzissen davon sind jetzt nur noch diese trockenen blätter zu sehen die man dem beet wunderbar entfernen kann anschließend kamen die erdbeeren auch die erdbeeren mit ihren kräftig grünen blättern haben mittlerweile ihre ernte hinter sich gelassen sie treiben wie ihr hier sehen könnt seitentriebe aus diese seitentriebe kann man wunderbar auf die erde legen hier bilden sich dann entweder für das nächste jahr an diesem standort neue erdbeer pflanzen oder ihr könnt den herbst nutzen und diese erdbeeren in andere standorte versetzen so dass auch im nächsten jahr mit frischen neuen erdbeeren geerntet werden kann auch die hier gepflanzten kräuter unter anderem die zitronenmelisse haben sich prächtig entwickelt diesen ast habe ich stehen lassen damit er blüht die blüte der zitronenmelisse wird von vielen insekten gerade bienen angelaufen es bildet sich der samen der dazu führt dass die zitronenmelisse sich eigentlich auch vermehrt das heißt im nächsten jahr findet ihr im zweifel irgendwo auf dem boden neue pflanzen ich bin gespannt aber auch aus der geernteten zitronenmelisse sieht man dass hier unten sich neue triebe bilden die können weiterhin zur ernte genutzt werden die zitronenmelisse ein tolles kraut um süßspeisen zu verfeinern oder entsprechend tee zu kochen beim thema tee ist natürlich die pfefferminze ein ganz wichtiges kraut hier sieht man eine pfefferminze die zwischen den himbeeren empor gekommen ist oder auf der rechts außen die pfefferminze von der wir schon kräftig geerntet haben diese pfefferminze ist jetzt wieder so weit dass sie geerntet werden muss dass sie demnächst in blüte schießt auch hier treiben von unten die neuen triebe aus dem laufe des sommers weiter geerntet werden können für entsprechende kaltspeisen oder kaltgetränke eine tolle ergänzung aber auch getrocknet für tee im winter außerdem nutzen wir sie für einen super gurkensalat da die gurken aktuell anfangen auch reif zu werden passt das timing hier sehr gut auf der rechten seite habe ich eine schwarze johannisbeere gepflanzt die habe ich für etwa vier jahren selber gezogen indem ich einen solchen ast abgeschnitten habe in wasser gestellt habe und er wurzeln geschlagen hat aktuell sieht man dass die ersten früchte auch hier reif werden und geerntet werden können ich denke dass im nächsten jahr die erste größere ernte hier möglich ist auch bei der blaubeere ist es so dass sie den umzug relativ gut überstanden hat es werden sogar schon jetzt im ersten jahr die ersten früchte gebildet sie werden in den nächsten wochen reif und die blaubeere ist wirklich eine ganz ganz tolle kübel pflanze um euch das zu zeigen habe ich einen anderen kübel hier mal daneben gestellt den habe ich auch vor etwa vier jahren angepflanzt und wie ihr sehen könnt ist er voll von dicken blaubeeren sie gewinnen hier langsam an farbe und können in den nächsten wochen in etappen immer wieder geerntet werden die blaubeere von dem eigenen balkon oder von der eigenen terrasse eine ganz ganz wunderbare pflanze aber auch die himbeere hat mittlerweile ihr stadium erreicht dass die ernte da ist diesen mittleren teil habe ich im letzten jahr gezeigt wie ich ihn angelegt habe die himbeeren dominieren jetzt und sind mittlerweile reif sie können laufend geerntet werden und direkt verputzt werden da keinerlei giftstoffe oder chemie oder ähnliches drauf gespritzt wurde diese erste tragen in diesem jahr sie können im herbst nach der ernte weggeschnitten werden aber auch fürs nächste jahr sieht es gut aus dieser kräftige trieb hier hinten oder ihr seht da vorne auch einen trieb die dann im nächsten jahr für eine reiche himbeerernte sorgen zum thema himbeeren hatte ich euch ja meinen allerersten kübel mal gezeigt den habe ich vor etwa zwölf jahren gepflanzt und er trägt jetzt ich glaube das zwölfte oder dreizehnte mal in folge auch hier sieht man dass wir eine reiche himbeerernte hinter uns gebracht haben beziehungsweise immer noch mittendrin sind auch hier sind neue triebe fürs nächste jahr da mit dem kräftigen grün und noch ohne früchten so dass wir auch im nächsten jahr erwarten dürfen dass es kräftig himbeeren gibt was sich hier dazwischen gemogelt hat ist eine schwarze johannisbeere ich mag es wenn sich pflanzen selber sehen die ich gerne mag hier bin ich im überlegen die einfach mal stehen zu lassen und sie hier oben den luftraum vielleicht einnehmen zu lassen mal schauen wie sich das entwickelt ja ein hochbeet oder ein kübel mit bären eine tolle geschichte für jeden balkon und jede terrasse ich hoffe euch ein aktuelles update gegeben zu haben mit vielen interessanten informationen wie so ein hochbeet jetzt im juli aussieht und falls ihr noch jemanden kennt der auch tipps und tricks für bären und sträucher im hochbeet oder kübel sucht schickt ihm dieses video gerne weiter ciao